Leute, da die 17 entkommen ist, habe ich jetzt eine neue Säche entwickelt, um die Boxen zu öffnen. Ich zeig's euch. So Leute, heute für fünf von euch ein exklusives Mini-Gewächshaus, nämlich mit drei bestimmten In-Vitro-Pflanzen, und zwar ist das einmal Anubias Pangolino, das Ricardia Corallenmoos und Mystery Red, das heißt, wir haben fünf verschiedene rote In-Vitro-Pflanzen und ja, random, jeder kriegt eine andere, ist dann nachher dabei. Für euch ein Mini-Gewächshaus, übrigens auch mega genial, da kann man auch tolle andere Sachen machen, zum Beispiel, ich habe für meine Tochter das schon mal verwendet, da kann ich Sonnenblumenkerne blühen lassen und so ein Kram, mega cooles Teil für fünf Leute von euch unter dem Hashtag Adventsbox, könnt ihr das Ding gewinnen und ja, ich denke mal, wir sehen uns bei Tisch Nummer 19 und ich gehe weiter üben, die Techniken, bis morgen, tschüss.